Ich mag Thomas Rosenlöcher so sehr. Ich hatte in der letzten Sommerpausenfolge schon richtig Probleme, mich zu entscheiden zwischen der Geschichte vom letzten Mal und einer anderen Geschichte. Und weil ich sie beide so sehr mag, gibt es heute die Geschichte, die es beim letzten Mal nicht gegeben hat. Die Geschichte von dem Mann, der nicht mehr liederlich sein wollte. Einem Mann fehlte eines Tages seine Frau. Na nun, dachte der Mann, wo habe ich bloß meine Frau hingetan? Er wartete drei Tage lang, aber am dritten Tag fehlte sie noch immer. Da begriff er, dass er sie verloren hatte. Das habe ich nun von meiner Liederlichkeit, dachte er. Ich verliere alle Frauen. Es wird Zeit, dass ich ordentlicher werde. Ordnung fängt mit dem Platz an, den alles haben muss, hatte seine Frau gesagt, bevor sie verschwunden war. Aha, dachte der Mann und sah sich um. Allerdings war sowohl der Platz, den alles hatte, als auch alles, das seinen Platz hatte, nur ungenügend vorhanden. Meine Brille fehlt, dachte der Mann und machte sich auf die Suche. Er schaute unter Tisch und Schrank und zuletzt sogar aus dem Fenster. Dabei sah er immer wieder nur, dass er kaum etwas sah. Endlich fand er die Brille im Kohlenkasten. Das hätte ich mir gleich denken müssen, dachte der Mann. Obwohl sich die Brille im Kohlenkasten deutlich verfinstert hatte, sah er nun schon durch. Da er keine Hosen anhatte, war er gespannt, wo seine Hosen ihren Platz haben mochten. Auf keinen Fall im Kohlenkasten, denn der gehörte der Brille. Eher schon in der Wäschetruhe, aber da lagen die Kohlen. In Ordnung, dachte der Mann, denn irgendwo mussten ja die Kohlen ihren Platz haben. Schließlich fand er die Hosen im Brotschrank. Das muss ich mir merken, dachte der Mann. Es war erstaunlich, wie die Ordnung um sich griff. Eine kleine Pause konnte er sich nun schon gönnen und womöglich gar ein bisschen essen. Damit stand er vor der Frage, wo das Brot seinen Platz hatte. Auf keinen Fall im Brotkasten, denn das war ja der Hosenplatz, während der Kohlenkasten der Brillenplatz und die Wäschetruhe der Kohlenplatz war. Die Ordnung hatte eben auch ihre Nachteile. Je mehr sie anwuchs, desto weniger konnte noch gefunden werden. Nachdenklich schaute der Mann aus dem Fenster. Dann suchte er noch einmal von vorn. Dies ist der Brillenkasten, sagte er und schaute in den Kohlenkasten. Dies ist der Kohlenkasten, sagte er und schaute in die Wäschetruhe. Dies ist die Wäschetruhe, sagte er und schaute in den Brotschrank. Im Brotschrank lag das Brot. Was für eine Liederlichkeit, rief der Mann. Der Appetit war ihm vergangen. Unmöglich konnte der Hosenplatz gleichzeitig der Brotplatz sein, aber welcher Platz blieb dann für das Brot noch übrig? Kopfschüttelnd steckte der Mann das Brot in das Bett. Dann wiederholte er alles, was er heute gelernt hatte, legte die Hosen in den Brotschrank, die Brille in den Kohlenkasten und sich selber ins Bett. Allerdings war das Bett schon besetzt. Entsetzt fuhr der Mann empor. Wie kann man sich in den Brotschrank legen, rief er und stellte sich in den Kleiderschrank. Nachdem er sich eine gute Nacht gewünscht hatte, schlief er ein. Am nächsten Morgen schaute der Mann erneut aus dem Fenster. Suchen Sie was? fragten die Leute, die am Fenster vorüber kamen. Ja, sagte der Mann. Ich habe doch meine Frau verloren, aber nun suche ich mir eine neue. Neue Frauen waren sehr selten. Drei Tage lang suchte der Mann, aber am dritten Tag fand er eine. Wollen Sie Ihren Platz bei mir haben? Wem meinen Sie das? fragte die Frau. Ach, wissen Sie, sagte der Mann, ich bin doch so außerordentlich ordentlich. Das gibt es nicht oft, sagte die Frau. Wie kann ich sie ferner erreichen? Durch das Fenster, sagte der Mann. Da verlieren wir uns nicht aus den Augen. Kaum war die Frau durch das Fenster gestiegen, küßte sie den Mann. Was tun Sie da? rief der Mann. Ich küsse sie, sagte die Frau. Das hatte ich auch vergessen, dachte der Mann und war froh, eine neue Frau zu haben. Allerdings war die neue Frau ziemlich lederlich. Wie kommt die Brille in den Kohlenkasten? fragte sie und legte die Brille auf den Tisch. Wie kommen die Kohlen in die Wäschetruhe? fragte sie und legte die Kohlen in den Kohlenkasten. Dann sagte sie nur noch Pfui, nahm die Hose aus dem Brotschrank und das Brot aus dem Bett, legte das Brot in den Brotschrank und die Hose in die Wäschetruhe und sich selber ins Bett. Wenn sie weiter so liederlich ist, dachte der Mann, wird sie mich noch verlieren. Dann stellte er sich in den Kleiderschrank. Gute Nacht, Frau, sagte er. Gute Nacht, Mann, sagte sie. Dann war es eine Stunde lang still. Alles muss seinen Platz haben, sagte der Mann. Das meine ich auch, sagte die Frau. Dann war es wieder eine Stunde lang still. Aber was ist das für ein Platz, wenn ich hier bin und du da, rief er schließlich. Das meine ich auch, sagte die Frau. Auf diese Antwort hatte der Mann nur gewartet. Rasch trat er hervor und sagte, besser liederlich im Brotschrank als ganz allein im Bett. Und falls es auch bei dir drunter und drüber geht, wünsche ich dir dasselbe. Bis übernächste Woche. Deine Susi Leute, die Frau, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018